So, jetzt nur noch das letzte Nest und dann bin ich fertig. Was ist denn das? Hasinuss von der Beelenbrennerei? Moment mal, du bist doch der Osterhase, du kannst das doch nicht trinken. Stopp! Zwei Meter Abstand, mein Freund, so zieh ich dir die Ohren lang, das will ich dir sagen. Das ist ja Unverschämtheit. Kein Verdruss mit Hasinuss aus der Beelenbrennerei. Ja, das geht doch nicht. Kein Verdruss mit Hasinuss, kein Verdruss mit Hasinuss, kein Verdruss mit Hasinuss aus der Beelenbrennerei. Moment mal. Loka-Welt, wo man Lokales erhält. Frohe Ostern wünscht die Loka-Welt und die Beelenbrennerei.